Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Runde One Piece Talk und Theorien. Das One Piece Jahr neigt sich dem Ende zu und bald steht uns auch schon wieder eine Jump Festa ins Haus. Die Jump Festa ist eine kleine Convention innerhalb der Jump Magazine und da darf natürlich Echiro Oda als Mangaka von One Piece nicht fehlen. Er ist allerdings nicht persönlich dort, sondern richtet sich immer an die Community, an die Fanbase und an alle, die es interessiert, mit einem offenen Brief. Und da schreibt er, was ihm im vergangenen Jahr jetzt gut gefallen hat und was ihm weniger gut gefallen hat, worüber er sich gefreut hat. Aber das wohl Interessanteste, was er dort reinschreibt, ist, dass er etwas vom Inhalt des kommenden One Piece Jahres verrät. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so ein bisschen die Arbeit gemacht, damit ihr auch versteht, um was es hier genau geht, die Aussagen der letzten Jahre, die bekanntesten Aussagen mal aufzulisten und ob diese eventuell sogar eingetroffen sind. Denn wir haben mit Sicherheit noch einige, die offen sind. Und wir haben beispielsweise von der Jump Festa 2018 die Aussage, der stärkste Gegner wird auftauchen und es lauert eine Legende in der neuen Welt. Und da hat man sich natürlich gefragt und das fragt man sich wahrscheinlich noch bis heute, wer ist denn da genau gemeint? Für mich persönlich war das mit dem stärksten Gegner natürlich Kaido. Und die lauernde Legende, das war natürlich Imsama, weil mit dem hat ja überhaupt keiner gerechnet. Der hat ja irgendwo in der neuen Welt gelauert, beziehungsweise streng genommen eigentlich so zwischen der alten Welt, also dem Paradies und der neuen Welt, weil er ja auf der Red Line zu Hause ist in Mary Joa. Und dann im Folgejahr bei der Jump Festa 2019 haben wir eine Ankündigung bekommen, die mehr oder weniger den Wano Kuniak betreffen. Er hat nämlich gesagt, wir werden nochmal zur Reverie zurückkehren. Was passiert ist? In einer Pause haben wir gesehen, was dort entschieden wurde. Beispielsweise, dass das Shishibukai-System abgeschafft wurde und dass die Revolutionsarmee dort angegriffen hat. Und wir sollten mehr von Kozuki Oden erfahren und auch das ist natürlich passiert in einem sehr langen und schönen Flashback von Kozuki Oden. Aber jetzt wird es schon ein wenig komplizierter, nämlich bei der Jump Festa 2020 hat er gesagt, es wird mit drei wichtigen Charakteren etwas passieren. Nämlich mit Sabo, mit Vivi und mit Hancock. Was da genau passiert, wollte er nicht sagen, nur dass es wohl negativ sein sollte. Und da wir ja alle den Manga aufmerksam verfolgen, wissen wir, dass diese drei Charaktere in keinster Weise erwähnt wurden oder überhaupt aufgetaucht sind. Was allerdings nicht verwunderlich ist, denn wir haben uns ja die ganze Zeit nur auf Wano Kuni bzw. auf Onigashima aufgehalten. Wie sollen denn diese Charaktere dort hinkommen? Das wäre doch ein bisschen komisch, wenn die auf einmal dort auftauchen sollten. Da wir ja auch wissen, dass die ihre ganz eigenen Probleme haben, was mit Sabo los ist, wissen wir überhaupt nicht. Bei Boa Hancock vor Amazon Lilly steht die Marine, sie möchte sie verhaften. Und bei Vivi, ja, da können wir auch nur von etwas Negativen ausgehen. Denn Garp hat ja in der letzten Aktpause zu Neptun gesagt, dass etwas mit Alabasta passiert ist. Und da ist natürlich Vivi involviert. Wir haben also eine Aussage von Oda für eigentlich das letzte Jahr, was immer noch nicht eingetroffen ist. Was allerdings vielleicht in einer nächsten Aktpause von Wano Kuni, die uns ja vielleicht hoffentlich nun bald bevorsteht. Denn wir haben ja Hiyori gesehen, die das Shamisen angeklingt hat. Und wenn ihr mal noch den ganzen Wano Kuni-Ark durchgeht, dann bemerkt ihr, bevor der Wano Kuni-Ark angefangen hat, hat Hiyori alias Kumurasaki das Shamisen gespielt. Und immer wenn der Vorhang zugefallen ist und einen Akt beendet hat, dann hat sie auch das Shamisen gespielt. Genauso wie sie eben Shamisen gespielt hat, wenn ein nächster Akt eröffnet wurde. Also wenn das ein Zufall sein sollte, dass sie jetzt gerade in dem Moment Shamisen spielt, naja, dann habe ich mich total verschätzt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass es dazu kommen könnte. Und einige werden jetzt natürlich sagen, Moment mal Genso, da muss doch noch ein Drama passieren, eine Tragödie. Der dritte Akt im Kabuki-Theater ist doch immerhin der Drama-Akt. Und ich sage dazu einfach nur, schaut euch mal diesen kompletten Akt an. Da hatten wir genug Drama, die ganze Geschichte mit Kozuki Oden, die ganze Geschichte mit den, ja, fast toten Charakteren wie Kinemon und Okiku, dem Verrat von Kanjuru. Also da war schon ziemlich viel Drama dabei. Und die ein oder andere Tragödie war natürlich auch dabei. Das muss nicht unbedingt als Höhepunkt in diesem Akt präsentiert werden, sondern kann einfach sich als roter Faden durch diesen Akt ziehen. Und dann bekommen wir quasi nochmal den Kriegsakt, der allerdings auch nur ein Kampfakt sein könnte. Und ja, und das ist dann wahrscheinlich nur noch der Kampf Ruffy gegen Kaido und eventuell noch Kit und Law gegen Big Mom. Und dann hätte Oda uns ja eventuell dann in der Aktpause präsentieren können, was mit Vivi und Alabasta passiert ist, was mit Sabo passiert ist. Denn bisher wissen wir ja nur, dass die Revolutionsarmee darauf reagiert hat und das für sie negativ gewesen ist. Und ob Kobe Boa Hancock verhaften kann. Denn da ist natürlich die große Frage, pusht man Kobe nach oben und lässt ihn Hancock ja verhaften? Oder besiegt Hancock Kobe und entkommt? Dann würde ich aber sagen, spricht auch alles dafür, dass irgendein anderer Shichibukai verhaftet wird. Weil, dass alle Shichibukai der Marine entkommen, wäre doch ein wenig lächerlich. Aber jetzt kommen wir zu einer super interessanten Aussage. Nämlich die Aussage aus dem letzten Jahr auf der Jump Festa 2021. Dort hat Oda nämlich gesagt, dass er sich in Bewegung setzen wird und der rothaarige Mann. Und da hatten natürlich viele gedacht, da geht es um Shanks. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch. Wobei sich natürlich diese Aussage auch auf Eustace Kidd beziehen kann. Und er hat ja im Grunde seinen Move gemacht, indem er gezeigt hat, dass er Big Mom gewachsen ist. Ob er sie besiegen kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber er kann sie auf jeden Fall verletzen. Jetzt haben auch einige gedacht, weil ja der neue Film One Piece Film Red angekündigt wird. Dass sich diese Aussage auf One Piece Film Red bezieht. Den kommenden Shanks Film im nächsten Jahr. Der hoffentlich auch ziemlich gut wird. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber ich bin anderer Meinung. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Aussage etwas mit diesem Film zu tun hat. Und wenn man sich nochmal den kompletten Brief von Oda durchliest. Dann merkt man, bevor er die beiden Aussagen trifft, dass er sich in Bewegung setzen wird. Und der rothalige Pirat. Es sind ja im Grunde auch zwei Aussagen. Man kann das auch so im Grunde interpretieren, dass es sich hier um zwei verschiedene Charaktere handelt. Und dann macht er seinen Move. Und wir wissen nicht, wer das sein wird. Und es wird irgendetwas mit einem rothaligen Mann passieren. Und wie gesagt, das könnte er eben auch auf Kidd zutreffen. Allerdings auch auf Shanks. Aber warum glaube ich, dass das nichts mit der Filmankündigung zu tun hat? Ganz einfach. Oda schreibt nämlich im vorherigen Satz. Und jetzt kommen wir zum Inhalt des Mangas. Und der Manga wird natürlich nicht in den Film behandelt werden. Das wird natürlich wieder ein Fillerfilm werden. So wie die anderen Filme, die wir hatten. Und nur minimale Elemente werden dort drin Kanon sein. Wie beispielsweise halt eben die Charaktere, die dort auftauchen. Das war genauso bei Strong World. Das war bei Film Z so. Das war bei Film Gold so. Und das war auch bei Stampede so. Und ich bin mir ziemlich sicher, nach vier Filmen können wir davon ausgehen, dass der fünfte Film, Film Red, ebenfalls nur ein Filler sein wird. Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Film wahrscheinlich nichts mit dem Kanon zu tun hat, ist einfach die Tatsache, dass dieser Film schon zwei Jahre lang in Arbeit ist. Und das Drehbuch im Grunde schon fest steht. Und wir im Grunde im Kanon nichts mit Shanks haben, was da großartig behandelt werden kann. Und in Zukunft wird natürlich jetzt nicht so auf die Schnelle so etwas Langes mit Shanks passieren, damit das dann in den Film hineinkommt. Und nein, Leute. Es wird im Film nicht zuerst irgendetwas gezeigt oder ein Storystrang behandelt, der dann später in den Manga übernommen wird. Denn da ist Ishiro Oda streng und macht das nicht. Ich erinnere mal an Film Z, wo sie das neue Design von Kusan veröffentlicht haben, bevor es dann im Manga veröffentlicht wurde. Und da hat er sich ziemlich darüber geärgert. Aber ich finde, das ist ja im Grunde eigentlich positiv. Wir bekommen einen coolen Shanks-Film, der uns unterhalten wird. Und wir haben noch die Hoffnung, dass Shanks demnächst in One Piece auftauchen wird und höchstwahrscheinlich seinen Zug machen wird, sofern sich diese Aussage natürlich auf Shanks bezieht. Aber wir können natürlich festhalten, dass es nicht in diesem Jahr passieren wird. Denn so viele Kapitel haben wir nicht mehr. Und auch hier kommt im Grunde dasselbe in Frage wie bei der Aussage im vorherigen Jahr mit Vivi, Sabo und Hancock. Das könnte in einer Aktpause behandelt werden. Und da könnte eben Shanks auch dann seinen Move machen. Also ich sehe das zumindest so. Und das wird uns vielleicht jetzt noch 5, 6, vielleicht auch noch 10 Kapitel lang im Wano Kuni-Arg aufhalten. Aber dann irgendwann wird die Pause kommen. Zumindest habe ich die große Hoffnung. Es ist weniger eine Theorie. Es ist natürlich nur eine Spekulation meinerseits. Aber ganz ehrlich, das Shami Zen, das kann einfach kein Zufall sein. Des Weiteren bin ich nicht nur von der Aktpause überzeugt, sondern auch, dass diese Aktpause wichtig ist und dass dort eventuell schon die Weichen gestellt werden, wo es nach Wano Kuni hingeht. Ich gehe natürlich von Elbaf aus und ich denke, da bin ich nicht alleine. Aber es könnte natürlich in der Aktpause etwas passieren, dass die Strohhüte in eine ganz andere Richtung lenken wird und dass sie dann erst einmal dorthin segeln müssen. Das Weitere gilt das natürlich eventuell für eine weitere Cover-Story. Denn mittlerweile ziehen sich ja diese Cover-Pages, diese Leserwünsche an Oda extrem lange und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in dieser Aktpause etwas passieren muss, damit die nächste Cover-Story erst überhaupt anlaufen kann. Wenn nämlich alles so kommt, wie ich mir jetzt vorgestellt habe, dann könnte Oda nämlich mit dieser Aktpause die Aussagen der letzten zwei Jahre einfach in einem Zug abarbeiten. Erstmal Vivi, Hancock und Sabo. Was mit denen passiert ist und dann mit vermutlich Shanks von der letzten Aussage und dann kann er sich dann im kommenden Jahr auf seine neue Aussage konzentrieren. Ich denke, das ist ein Win-Win und wir wollen doch alle eine Aktpause sehen. Da brauchen wir uns doch gar nicht drüber streiten. Ihr könnt mir aber trotzdem eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von diesen Aussagen von Oda? Glaubt ihr noch an die Aktpause? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn ihr Lust habt auf mehr One Piece und in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Ich sage Ade!